Welche? Gut, ich glaube, das ist das, was wir gesucht haben. Leitstelle, ich denke, das ist unsere Geiselnahme. Ja, das nehme ich auch an, aber so lange nicht bestätigt von Leitstelle, nehmen wir mal an, dass es zwei Fall ist. Geht so nicht, kein WC im Dienst kommt. Für Sie zur Information, der Herr hat ebenfalls gerade noch mal anonym angerufen und teilte mit, dass er, Herr Max Ernst, das Kennzeichen vor der Bank abgekratzt hat. Herr Max Ernst, Geiselnehmer und Bankräuber, hat angerufen, dass er sein Kennzeichen von seinem Fahrzeug zugelassen und Max Ernst abgenommen hat. So richtig? Das ist doch positiv. Alles klar. Gut. Da wissen wir schon mal bescheiden. Ist auch kein Ding. Wann haben wir für Streife 5, wo soll ich hin? Vorläufig positionieren am Fire Department. Gleiches gilt für Streife 8. Bestätigt. So, weg. Aua. 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 Du kannst Aufklärung gar nicht machen mit dem Auto. Soll ich dann übernehmen? Ja, mach du mal bitte. Ja. Aua. Ja. Ja, dann schickst du mir. Info an die EL, der Herr Max Ernst hat nicht anonym angerufen und teilte ebenfalls noch mal mit, dass die Kennzeichen von der Bank noch nicht krass sind. Ja. Ja. 31 für die EL. Ja. Einmal mit Info an die Bank zur Absicherung der VP und EL. Info für die EL. Einmal Absicherung. Rückseite übernehmen. Stehlicht. Beide Seiten hinten abgedeckt. Dann komme ich jetzt runter. Mein Kollege ist helft. Arzt. Machen wir das. Also das hier rüber. Einsatzschot, check. Check. Habe ich Schussfreie Gabel, wenn die rauskommen? Negativ. Ah, check. Für die ELF zur Information, ich habe die Tür linksseitig. Ihre Position. Hintertür links, ja. Hintertür links bei den Toiletten ist korrekt. Mit den Pipe-Zäunen, ja. Negativ, die direkt rechts nach vorne. Die andere Tür wird durch die 33 gesichert. Ja, check. Bestätigen Sie Behinderteneingang. Komm. Behinderteneingang nach vorne gesichert durch die 33. Die Tür hinten rechtseitig von mir gesichert. Sie könnten dann die Tür vom Gebäude, wenn sie vor dem Gebäude stehen, links die Treppe nach oben in sich. Check. Habe Treppe. Hier. In fronten die Einsatzleitung eine Person mit grauem Tuch noch im Tresor. Kommt raus. Treppe hinten. Oben steht einer. Geht der hier auf die Treppe? Dreißschuss fällt. Das ist ein mechanisches Abgang. Check. Gehen Sie mal mit mir. Äh, ja, hallo. Was, was soll ich Ihnen denn sagen? Sind Sie auf der Treppe? Ich bin auf der Treppe. Ich bin gesund. Es ist eine Waffe auf mich gerichtet. Ja. Der Herr steht im Gebäude drinnen und berichtet die Waffe auf mich. Unrechtlich hier. Ich würde ja mich selber einen Platz stellen. Okay, Entschuldigung. Haben doch so gehört. Ich bin ein Geiselnnehmer. Ja. Ja, der Bär wird auch voll. Der Sohn bewegt sich. Info beginnt. Und wer, mit wem habe ich denn das Vergehen? Info an der RTW steht am Bereitschaftsraum breit. Info Ende. Herr, wie ist denn Ihr Name? Tentatür bei mir. Eine Person winkt. Sie zieht mit einer Pistole auf mich. Hallo? Kommt raus, kommt raus. Ihr rennt weg. Bleiben Sie stehen oder wir schießen. Stehen bleiben oder wir schießen. Stehen bleiben. Stopp. Fahrer einstellen. Nicht die Waffe ziehen. Sonst schießen wir nach. Nicht die Waffe ziehen. Nicht die Waffe ziehen. Stehen Sie auf. Nimm Sie Hände um den Kopf. Wer getroffen. Auf der Stelle. Info von der Geiseln haben wir einen Täter. Ja, wir haben einen Täter hier. Wo ist der zweite? Ne, gib bloß einen Täter. Ja, check. Aber meinte die Geiser nicht, sie wird oben auch noch auf der Waffe geziehen. Der Täter war nach unten. Ja, es bestätigt. Ich gehe einmal zur Bank. Ja, ebenso. 1192, ich gehe zur Bank, sich an der Bank. Also Gebäude ist leer. Aber die Personen müssen nach vorne zum Gebäude, zur EL und zur Grant sein. Was haben Sie gesagt? Und hinter dir? Jo. Ich bin links von euch. Ist doch offen aus. Alle Personen in der Bank nehmen die Hände in den Kopf oder sie müssen mit Beschuss rechnen. Bibi, schauen wir da vorne zur Absperrung runter. Habt ihr einen Gang clear? Sicher Treppe? Jo. Genau. Toilette clear. Ganz hinter dir. Links clear. Tür offen links, Tür offen links. Tresor offen, eine Tür offen. Jack, komm wir rum. Nein. Ich bleib hin durch. Sicher Tür. Hast du Tresor? Negativ. Ich habe Tresor. Ich habe Tresor. Ich habe Tresor, ich habe Tür. Jo. Tresor, Tresor ist clear soweit. Clear, Tresor clear. Jack, gehe vor zur Tür. Links clear. Soll raussteigen die Hände über den Kopf nehmen, durchsucht die Mann. Vielleicht ist das eine Fake-Geisel. Ist Clue rum clear. Jo. Letzte Tür. Rechts clear. Links clear. Bank clear. Wir wiederholen Bank clear. Gute Arbeit. Offenbar. будет, Pirate. Nachiesz宅. Wilderέz melts höre war. Jawohl, Oke. Komm her. Schlitzwerk. Die Welt klappt auf. Anglässers. Du sagst nicht nur parloos. glaub ich lämlicht. rehab kein אחres problem ist. Die Weltείure.